Die Schmuckwelt in Pforzheim sind europaweit einzigartig. Wir sind ein Erlebnis- und Einkaufszentrum hier im Herzen der Goldstadt. Man kann hier also alles rund um Gold, Schmuck, Edelsteine, Uhren erleben, auf sehr, sehr unterhaltsame Art und Weise und natürlich auch schön einkaufen. Wir stehen hier natürlich vor der Schmuckerlebniswelt. Das ist eine interaktive Erlebniswelt mit elf Themenräumen. Da kann man wirklich auch mal einen Goldbarren in die Hand nehmen, mit dem Sternenlift fahren, also ganz, ganz unterhaltsam gemacht. Ja, also eigentlich können die Schmuckwelten nur in Pforzheim sein, denn Pforzheim ist ja bekannt als die Goldstadt. Über 80 Prozent des in Deutschland hergestellten Schmucks kommen aus Pforzheim und das hat schon wirklich eine lange Tradition. Dann wird die zusammengedrückt, dann wird die gedreht und fertig. Und dann kommt die Öse da oben rein. Also es ist tatsächlich so, wenn man das Gold ständig um sich herum hat, neutralisiert sich das schon so ein bisschen, weil man sieht es einfach ein bisschen mit anderen Augen, aber natürlich, wenn wir dann die neuen Kollektionen haben, dann steckt auch die Begeisterung der Kollegen im Shop an und man probiert auch das eine oder andere Mal aus. . Untertitelung des ZDF, 2020